Die große Stunde meines Schülers Wäre ich nur dort gewesen, ich hätte alles verhindern können. Und mit diesem epischen Anfang herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar aus dem Haus der Daedalic, The Night of the Rabbit. Heute am 29. rausgekommen. Ihr werdet es am 30. sehen. Und ich bin echt gespannt. Es gab vorher ein paar Probleme, die mit Daedalic sehr gut geklärt worden sind. Und ich mich natürlich wieder tausendmal bedanke bei den Leuten. Auch natürlich an den Support, den super Arbeit leistet. Und wir fangen mal an. Wir spielen jetzt den Rabbit. Merkwürdige Gestalt. Oh, wer bist du? Bist du etwa stumm? Hm, soll das heißen, du weißt es nicht? Hast du dich verlaufen? Hm, haben wir uns verlaufen? Weiß es nicht. Wir hier wirklich hinwollten? Ich habe eigentlich gesagt, keine Ahnung. Dann wie immer, ja. Oh, dann suchst du wohl den Anfang deiner Geschichte. Wenn wir dir einen Anfang finden, weißt du sicher, wie es weitergeht. Du ahnst ja nicht, welch ein Glück du hast, mir über den Weg zu laufen. Mit Geschichten kenne ich mich gut aus. Aber du bist doch hoffentlich nicht gekommen, um eines meiner Abenteuer zu klauen. Nein? Na gut. Wenn wir denn einen Anfang finden wollen, dann müssen wir nach etwas suchen, das sich anfühlt wie ein Es war einmal. Folge mir. Okay, ähm, mehrwürdige Gestalt und wir folgen ihr. Ich bin anwesend. Da bist du ja. Jetzt müssen wir nur noch deinen Anfang finden. Selbst wenn man sich verliert. Anfänge findet man überall. Und nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Du wirst ihn sofort erkennen. Ein Anfang duftet nach Frühlingsluft und der Hoffnung auf mehr. Ein Anfang ist, du weißt schon. Aber Enden sind ganz anders. Verstehst du? Ähm, nein. Hast du mir nicht zugehört? Naja, ich habe das Gefühl, dass du das viel früher verstehen wirst, als du glaubst. Hast du eben etwas gehört? Der Nebel muss meiner Fantasie einen Streich gespielt haben. Es ist kalt geworden. Findest du nicht? Folge mir. Komische Gestalt. Dass man hier hin und her laufen muss, jetzt hier zum Anfang. Verstehe ich noch nicht ganz. Da ist dein Anfang. Du hast wirklich Glück, dass ich über dich gestolpert bin. Alleine hättest du deinen Anfang bestimmt nicht gefunden. Sag mal, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Na ja, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Es sei denn, der Nebel wird noch dichter. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. seltsamer Typ. Er erinnert mich an eine Figur aus einer meiner alten Geschichten. Hoffentlich verläuft er sich nicht. Nicht mal ich könnte sagen, wo er landet, wenn er hier verloren geht. Oder wann. Also, dann wollen wir seinem Anfang etwas auf die Sprünge helfen. Oh, dieser Anfang reimt sich. Den muss ich mir sofort notieren. An einem Ort, fast dort, wo du jetzt gerade bist, wo die Sommersonne abends sanft die Felder küsst, ist's für Jerry Haselnuss, Zeit ins Bett zu gehen, um wunderbare Dinge nachts im Traum zu sehen. Jede Nacht bewegt ihn ein Wunsch allein. Mama, ein Zauberer will ich sein. Dann sagt die Mutter, so wie Mütter das tun, bald, mein Schatz. Doch jetzt musst du ruhen. Und wie Mütter das tun, so flüstert sie sanft, Gute Nacht. Bald schon, da schlummern die beiden ganz sacht. Und bald schon, ja bald, denn der Morgen ist nah. Dann wird Jerrys größter Traum endlich wahr. Gute Nacht. Amen. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Die Sonne, die Sonne. Die Sonne, die Sonne. Die Sonne, die Sonne. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Und wieder einfach nur anklicken. Für ein Nebengeräusch, wie zum Beispiel das Hämmern oder sonst irgendwas, könnt ihr euch gerne meinen Nachbarn bedanken, die nachts mal in den Umzug machen zu müssen. Hallo, ich möchte meine Mutter grüßen. Ich spreche doch nicht mit deinem Radio. Ich möchte meine Mutter grüßen. Der junge Herr Haselnuss grüßt seine Mutter. Das haben Sie gut gemacht. Danke. Hey, aber wie? Ein Klick. Alles ein Klick. Na, merken Sie, wie sich die Muskeln und Fasern in der Streckung dehnen, wenn Sie etwas anklicken? Tut das nicht gut? Oh, er hat recht. Ich sollte häufiger Frühsport machen. Sie denken sich sicher, ich sollte häufiger Frühsport machen. Uh, auweia. Der ist gut. Und wissen Sie was? Was? Das können Sie. Mit unserer Wendung fit und froh in den Tag. Und weiter geht's. Einige Dinge kann man angucken und einsammeln. Das ist gut für den Rücken. Immer schön angucken und einsammeln. Also suchen Sie sich einen Gegenstand zum Angucken. Hm. Wie wär's mit dem Korb da auf der Fensterbank? Sie haben schon etwas zum Einsammeln gefunden? Na dann los. Na dann los zum Großen und Normalen. Gut so. Das ist gut für den Rücken. Sie tragen den Korb nun bei sich. Wir öffnen das Inventar, indem wir das Mausrad nach unten drehen. Oder die I-Taste drücken. Mann, oh Mann. Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Dann drehen wir nochmal ein bisschen am Rad. Tut das. Jetzt haben Sie das Inventar geschlossen. Ja. Na, keine Zerrung geholt? Probieren Sie es gleich nochmal. Schauen Sie einfach mal in Ihr Inventar. Das geht recht zügig, wenn man da runter dreht. Ja, jetzt weiß ich nicht. Hier können Sie mehr sammeln, als Sie glauben. Gegenstände herumtragen ist gesund. Außerdem kann man Sie ansehen. Benutzen Sie dazu im Inventar Ihre rechte Maustaste. Hükscherkorn. Hey, das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut. Das Angucken mit der rechten Maustaste klappt gut, nicht wahr? Absolut. Und jetzt probieren wir die linke Maustaste. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. Klicken Sie mit links auf den Korb. Machen wir nochmal. Ups. Der Griff ist abgefallen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Normalerweise nehmen wir mit links Gegenstände im Inventar auf. Aber ärgern Sie sich nicht. Denken Sie dran. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Den Korb kriegen Sie bestimmt im Nu wieder repariert. Bestimmt. Mit der linken Maustaste nehmen Sie Gegenstände aus dem Inventar auf. So können Sie den Gegenstand mit anderen Gegenständen in Ihrem Inventar benutzen. Benutzen Sie einen der Gegenstände mit einem anderen. Das bringt auch den Kreislauf in Schwung. Das kennen wir noch ganz gut. Mit diesem Inventar. Rungebastel von Edna. Ähm. Und so. Na, das war doch gar nicht so schwer. Stimmt, das war ziemlich leicht. Und? Merken Sie, wie sich Ihr Puls beruhigt? Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man kaputt gemacht hat, wieder reparieren kann. Oder? Stimmt. Und jetzt zum nächsten Schritt. Sie können Gegenstände auch mit Ihrer Umwelt benutzen. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Oder die I-Taste drücken. Oder das Mausrad nach oben drehen. Machen wir das mal. Das wollten wir jetzt aber nicht machen. Nee, eigentlich nicht. Na, keine Zerrung geholt? Nein. Öffnen Sie einfach wieder das Inventar. Klicken Sie mit links auf den Korb und dann tragen Sie ihn aus dem Inventar, indem Sie das Item über den Rand des Inventars führen. Das habe ich gemacht. Sehr gut. Zeigen Sie den Korb doch einfach einem geliebten Familienmitglied. Hm. Wem soll ich den Korb zeigen? Ich glaube, Ihre Mutter hängt auf der Wiese vor dem Haus gerade Wäsche auf. Uh, hauweier, der ist gut. Man könnte meinen, der spricht direkt mit mir. Benutzen Sie den Korb mit Ihrer Mutter, indem Sie den Korb zu Ihrer Mutter führen und mit der linken Maustaste mit dem Korb auf Sie klicken. Machen wir nochmal. Oh, Jerry, du hast den Korb. Ja, und der ist auch ganz heil geblieben. Das ist sehr gut. Kannst du bitte ein paar Brombeeren für mich sammeln? Etwa für... Etwa für Brombeerkuchen? Ja, Jerry, Schatz. Oh, Backe. Einmal Brombeeren sammeln. Check. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben Ihr Fitnessprogramm für heute absolviert. Und denken Sie daran, ein Wagenkrampf kann Sie Ihr Leben kosten, wenn Sie vor einer fehlenden Krähe fliehen. Hä? Wovon spricht der denn? Bleiben Sie fit. Bleiben Sie froh. Der Mauswaldfunk setzt sein Programm fort mit. Mauswaldfunk? Seit wann kriegen wir den Sender denn hier rein? Das muss an diesen Sonnenflecken liegen. Wie auch immer. Alles klar, wir müssen Brombeeren sammeln. Was ist das eigentlich? Tagebuch. Ah. Okay. Sender kann ich nur durchnehmen. Jerry winkt ein leckeres Stück Kuchen, aber dazu braucht Jerrys Mutter einen Korb voll Brombeeren. Nur nach zwei Tage Sommerferien auf ins Abenteuer ist größer Traum, es ist Zauberer zu werden. In der Nacht beobachten ihn leuchtende rote Augen durch das Fenster. Eine seltsame Lichtung. Ein sagenwobener Baum. Eine schwarz getätete Gestalt auf einem Reisekoffer. Wie geheimnisvoll. Was soll das hier bedeuten? Wahrscheinlich nichts. Weiter spüren, weiter spüren. Also wir müssen jetzt Brombeeren sammeln. Gut getarntes Geheimversteck. Das muss doch mal an. Na? Und? Hm. Keine plündernden Nachbarskinder in Sicht und auch keine Spur vom Gremlin-Wolf. Wie immer. Die Luft ist rein. Mein Geheimversteck. Nicht auszudenken, welchen Schaden meine legendären magischen Werkzeuge in den Händen eines weniger genialen Zauberers anrichten könnten. Die ganze Welt wäre in Gefahr. Was haben wir denn da? Streichhölzer, Knaller und meine Goldmünze. Das Abenteuer kann beginnen. Oh. Das machen wir besser wieder zu. Man weiß ja nie. Nachher nimmt der Gremlin-Wolf noch meine Witterung auf. Kreml-Wolf Okay, Streichhölzer die Münze und ein Knaller. Okay, verwitterte Statue Karottenbeet Erdbeeren Regentonne Ich bin mir noch nicht ganz sicher ob wir uns wirklich alles angucken sollen. Aber ich denke, das wäre doch eigentlich ganz gut für Spiel. Haustür ein Fahrrad Glockenspiel Okay, dann fangen wir an mit den Karottenbeet Das ist noch eine neue Ich stecke mir eine Karotte für später ein Sollen ja gut für die Augen sein Und einem Abenteurer wie mir darf nichts entgehen Hm Seltsam Fußspuren Hier unter meinem Fenster muss letzte Nacht ein großes Tier durch das Karottenbeet gelaufen sein Anhand der Spuren lässt sich sagen dass es sich um ein geheimnisvolles längst ausgestorbenes Säugetier handeln muss den Kreml-Wolf Seit ich Junior-Mitglied im Dschungelforscher-Club geworden bin klingen meine Theorien noch überzeugender So viel Kompetenz für nur zwei Mark pro Quartal Okay Karottenbeet Wo waren das jetzt? Wollte ich mir die angucken? Nee, ne? Naja, die Fußspuren nicht Schade Wir nennen den alten Stein hier den Zwerg Mama sagt, er hat schon lange vor uns hier gewohnt Pass weiter gut auf uns auf, alter Zwerg Was hat er denn da jetzt draufgepackt? Hm Duft näher abwehren Oh Süß und saftig Saftig und süß Jerry Ja, Mama Schon gut Ich esse nicht alle auf Was? Jerry Du sollst nur nicht vergessen Deine Schulsachen zu packen Ja, mach ich morgen Schule Ja, so, aber warum wir denn pflücken gehen? Jetzt sollen wir das machen Mh, naja